Willkommen zu diesem Tischgespräch im Zürcher Kanzlei-Club, wo nächsten Donnerstag das Taktlos-Festival eröffnet wird, das dieses Jahr von Schlagzeuger Lukas Nikli kuratiert wurde. Mein Name ist David Hunziker, ich bin freier Musikjournalist aus Zürich und ich stelle unseren Gast kurz vor und dann werden wir uns über ihn und das Festival und Musik unterhalten. Lukas Nikli wurde 1968 in Kamerun geboren und verbrachte dort die ersten Jahre seines Lebens. Was seine musikalische Ausbildung angeht, ist er eigentlich ein klassischer Studienabbrecher, so der geniale Studienabbrecher. Nach einem Semester schmiss er das Studium hin und hat dann mit 19 Jahren beim Schweizer Schlagzeuger Pierre Favre eine Ausbildung angefangen. Als ich geboren wurde, im Jahr 1987, hat er seine erste Band gegründet und seither in unzähligen Formationen gespielt. Mit diesen Formationen ist er um die Welt gereist und hat die wichtigen Festivals im Bereich Jazz und zeitgenössischer Musik bespielt. Und dabei ist er durch alle möglichen Stilrichtungen und Formen avantgardistischer und radikaler Musik gegangen. 1935 gründete er mit Dominic Blum und Mario Pliakas die Band Steamboat Switzerland, die dieses Jahr ebenfalls am Tuckloss Festival spielen wird. Also Lukas, du hast in deiner Musikkarriere bestimmt schon alles gesehen. Trotzdem, als du dieses Festival kuratiert hast, ist dir da irgendwas Neues passiert oder irgendwas, was dich überrascht hat? Was so, habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon am Anfang das Tor möglichst weit aufgerissen und diese wunderbare Einladung in dem Sinn angenommen, dass ich auch meinen eigenen Musikgeschmack hinterfragt habe oder auch meine eigenen Präferenzen infrage gestellt habe, weil es ist doch eine sehr schöne und auch eine wichtige Aufgabe, ein Festival zu kuratieren, das quasi in meiner Heimatstadt, in meiner musikalischen Heimatstadt gut positioniert ist und dass es eine eigene Profilierung hat. Und da habe ich versucht, nochmals ganz wirklich die Türe möglichst weit aufzureißen und auch Dinge und Ideen zulassen und Visionen und Träume zuzulassen, die ich vielleicht beim ersten Gedanken nicht gehabt hätte. Und da bin ich dann schon auch an Bands oder an Musikerinnen und Musiker herangeraten, die ich dann erstaunlicherweise, wo ich gestaunt habe, dass die mir in den Sinn gekommen sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel Stefan Witter. Stefan Witter ist mir zum Beispiel ganz früh in den Sinn gekommen. Ich habe überhaupt keine Beziehung mehr zu ihm, aber das ist ein Urgestein der wirklich höchst innovativen Zürcher Szene. Er hat in den 80er Jahren, noch früher, auch noch mit Anton Bruin, in den 70er Jahren schon Sachen gemacht, die waren immer on the edge. Und er hat für mich eine der wichtigsten Formationen gegründet, Red Twist & Tuned Arrow in den Mitte, Ende 80er Jahren. Er war für mich ganz ein wichtiger Musiker im Zusammenhang mit dem Taktlos. Und so war es für mich irgendwie fast eine, wie soll ich sagen, eine historische Angelegenheit, ihn auch wirklich anzufragen. Aber er hat ja leider abgesagt. Er hat zuerst zugesagt. Er hat zuerst zugesagt. Aber wenn man ein Festival kuratiert, dann gibt es Rückschläge, es gibt Überraschungen und es gibt wunderbare Zufälle, dass jemand auf Tour ist, genau dann, wenn du das Festival hast, wo du es dir sonst nicht leisten könntest. Und das war mit Stefan ein Prozess, der aber sehr wichtig war. Genau, weil durch diese Einladung von Stefan war ich irgendwie auch mit dem Geist vom Taktlos ganz eng verbunden und habe mir gedacht, das ist ein guter Schachzug. Aber das passiert, wenn man ein Festival kuratiert, dann gibt es von dieser langen Liste von Träumen, die vielleicht auch unpraktikabel sind oder nicht finanzierbar sind oder wirklich größenwahnsinnig sind. Kommt man dann mit den Wochen, tut sich das automatisch dann irgendwie eindampfen und reduzieren, also kombiniert mit einem Pragmatismus, den man irgendwie einfach auch mitdenken muss, mit Budgethoheit, mit Infrastruktur, mit Locations, wo man nicht alles machen kann. Und so bin ich zum Beispiel. Ein anderer Punkt, der für mich schmerzlich war, dass er nicht realisierbar war, war zum Beispiel das Klangforum Wien. Das war bei mir ganz früh top auf der Liste. Das ist das wichtigste Ensemble für zeitgenössische Musik. Und wir haben mit Steamboat Zwitzel eine Produktion gemacht mit ihnen, die nur in Donau-Eschingen und in Wien gespielt wurde. Wir haben gedacht, das müsste möglich sein, das in unserer Heimatstadt auch zu machen. Aber das sprengt halt einfach das Budget von einem Festival wie das Taktlos, das halt einfach immer noch ein Nischenfestival ist und immer noch auch mit kleineren Brötchen backen muss, gemessen vielleicht mit Festivals, die jetzt eher im zeitgenössischen Musiksektor einfach von vornherein angesiedelt sind, wo dann auch mal ein Tonhalleorchester eine Uraufführung macht. Und das ist halt einfach in diesem Independent Improvisations-Jazz-Rock-Bereich halt immer noch ein Traum, wo ich aber auch dafür kämpfe, dass es irgendwann möglich sein muss, dass man auch wieder mal eine Großformation sich leisten kann. Jetzt haben wir da gerade angefangen damit, was nicht funktioniert hat. Wo wurdest du positiv überrascht? Oder was hat dich gefreut, dass es geklappt hat im Programm? Alles andere. Alles andere, ja. Weil ich musste mich dann daran gewöhnen, im ganzen Prozess der Planung das Budget einzuhalten. Und ich musste ziemlich genau auch die Locations antizipieren, wie funktioniert so ein Abend in der Kanzlei. Dann war alles noch nicht so ganz genau sicher, ob wir die Abende ganz hier gestalten können oder eben noch zweite Spielplätze dazunehmen. Das war alles. Ich musste konstant in den ersten Monaten, bis es dann klar war, dass es hier funktioniert, hatte ich immer noch so einen Plan B, Plan C auch noch mitgedacht. Aber das hat sich dann doch glücklicherweise sehr früh geklärt, dass mit Xenix und mit der Volkshausbar dann die Locations fixiert sind. Und dann habe ich auch nochmals wie eine zweite Runde gemacht in der Kuratierung. Die Liste ist länger, aber du musst die Abende komponieren. Weil du kannst nicht dreimal hintereinander die gleiche Ästhetik bringen. Das ist langweilig, das ist anstrengend. Festivals kranken ja oft auch daran, dass es irgendwie zu viel ist. Und ich finde, an einem Festival habe ich dann manchmal fast lieber zwei Bands, die dann wirklich eine Stunde spielen. Oder dann halt drei oder vier Acts, die aber dann ein bisschen kürzere Sets machen. Oder, dass es dann auch einen geografischen Switch gibt. Und auch, oder dass es dann auch so diverse Acts sind, wo man vielleicht bei einem Act auch mehr Visuals noch konsumieren kann, in Anführungszeichen. Also die ganz andere Sinne oder ganz andere Intensitäten ansprechen. Vielleicht auch einmal ein bisschen mehr Takt und ein bisschen taktloser. Ja genau, ja genau. Vielleicht noch ein, weil du mich gefragt hast, was so vielleicht dann die Überraschungen waren. Es ist vielleicht ein bisschen aus der Schule geplaudert, aber was mich schon, ich habe ja dann diese Musikerinnen und Musiker angefragt. Und ich habe auch ganz bewusst gefragt für alle drei Tage. Ich habe gesagt, kannst du dir oder könnt ihr euch bitte alle drei Tage reservieren? Damit du nachher alle Freiheiten hast. Dann kann ich wirklich jonglieren. Das haben alle, alle haben dazu gesagt und gesagt, ja, ich habe gesagt, ich versuche bis September, Oktober wirklich definitiv dann zu sagen, an welchem Tag ihr spielt. Aber bitte haltet euch so lange diese Tage frei, damit ich wirklich schön jonglieren und komponieren kann, dass die Abende irgendwie eine gute Linie haben. Und das Zweite, was mich sehr erstaunt hat, es hat niemand mich gefragt, was er verdient. Und das ist unglaublich. Also wenn ich von einem Festival angefragt werde, dann ist es doch so, dass ich doch dann gerne mal wisse, was so das Budget ist. Aber diese Musikerinnen und Musiker haben alle irgendwie ein Vertrauen gehabt, vielleicht in mich, aber auch in den Brand taktlos. Einfach in dieses Setting, dass ich gesagt habe, dieses Commitment von diesen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie sagen, ja, ich reserviere über drei Tage. Klar, das fand ich schon bemerkenswert. Ist das üblich so in dieser Szene, in der du so verkehrst und diese Musiker, oder hast du einfach die besten Leute angefragt? Das kann ich nicht beantworten. Ich unterscheide auch, ob ich jetzt an einem kommerziellen Festival spiele oder an einem Festival spiele, wo so viel Herzblut drin ist und auch die Szene drin ist, das hat, das hat, das ist schon in unserer Szene hat man ein Sensorium dafür, ob man jetzt irgendwie an einem hochdotierten Hochglanz-Festival spielt, wo irgendwie noch eine Autofirma inseriert im Programmheft oder ob das irgendwie ganz nah an der Szene ist, an einem ästhetischen, an einem politischen, an einem lokalpolitischen Umfeld, dass es so verankert ist, dass es irgendwie um die Sache geht. Und das hat mich sehr gefreut, dass alle diese Musikerinnen und Musiker irgendwie das Taktlos und meine Einladung so eingetütet haben. Das Taktlos ist ja jetzt auf dieses Jahr hierhin gezogen in den Kanzlei-Club und du hast mir erzählt, dass hier so vor allem Ende 80er, Anfang 90er viele wichtige Dinge passiert sind musikalisch, gerade so im radikaleren Bereich. Was waren denn das für Dinge und was hast du vielleicht auch für persönliche Erfahrungen damit, verbindest du damit? Wieder Stefan Witter, habe ich hier gehört. Wann war das? Das kann ich nicht mehr genau sagen, Anfang 90er Jahren. Ich weiß, dass Irene Schweitzer den Kunstpreis der Stadt Zürich erhalten hat, Anfang der 90er Jahre, ich weiß jetzt auch das Jahr nicht genau. Und die Preisverleihung war hier drin. Klar war das Taktlos schon immer in der Roten Fabrik und ich bin öfters in die Rote Fabrik gegangen und ich bin öfters ins Drahtschmiedli gegangen und in die Tonhalle und in die Wim Zürich, aber das Kanzlei war doch auch ein wichtiger Spielort. So als Kriterien, was für Bands du buchst oder hier in diesem Programm aufgenommen hast, hast du gesagt, was wichtig ist, dass du Working Bands hast und gutes Handwerk. Das hast du gesagt, das sind zwei wichtige Kriterien. Wieso sind die so wichtig? Das habe ich irgendwann mal gesagt und auch in meinem Editorial geschrieben. Und wenn man das Programm genau anschaut, dann gibt es zwei, drei Ausnahmen. Also es gibt ja auch einige wirklich richtige Experimente. Also das Trier mit Alexander Hawkins und Matana Roberts ist für mich ein totales Experiment. Aber das ist auf der einen Seite von dem Spektrum, wo ich mich selber drin bewege. Also einerseits Working Bands mit Stimmo Switzerland, wo wir seit 23 Jahren arbeiten und regelmäßig arbeiten und proben und dann Dinge, die einfach so auch ephemär sind und ephemär sein sollen. So dieses Spektrum, das ist mir wichtig. Ich selber als Musiker erlebe es halt gerade im Zusammenhang mit Festivals immer ein bisschen bemühen, dass man ein wirklich gewachsenes, starkes Produkt hat. Also wenn man jetzt mal von einem Produkt redet. Aber dann viele Festivalpromotoren sagen, ja, ihr habt vor drei Jahren schon bei uns gespielt. Oder auch ein Club sagt irgendwie, ja, ihr wart vor zwei Jahren bei uns. Und die nicht verstehen, dass man als Band einen Weg macht und reift. Und irgendwie, also man würde ja nicht freiwillig so intensiv mit einer Band arbeiten. Und ich wollte deshalb auch wirklich solchen Formationen eine Plattform geben, die vielleicht eben jetzt nicht, es ist nicht jetzt unbedingt eine Ura-Führung oder haben nicht unbedingt so einen Event-Charakter. Weil sehr oft habe ich an Festivals dann eben genau diese Bands als sehr, sehr enttäuschend empfunden. Also wirklich das Unmöglichste, was es je gab, war Hermeto Pascual im Duo mit Han Benning. An Berlin Jazz Festival. Das hat einfach nicht funktioniert. Was aber so vom Originalitätsgrad her eine gute Programmierung war. Gute Idee, dass die große Affische eine Sensation, aber musikalisch einfach inkompatibel. Also ich finde dann, da möchte ich dann als Musiker die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich gehe andere Risiken ein. Ich gehe lieber das Risiko ein von einer unbekannten Band, die vielleicht eine wirklich zu große Plattform kriegt für ein erstmaliges Auftreten in einem grösseren Kontext. Aber give them a chance, oder? Das ist interessanter als irgendwie Leute zusammenringen. Oh, das Peinlichste, ich mag mich erinnern, Terry Bosio am Jazz No Jazz in Zürich mit irgendwie zwei anderen Musikern. Das war einfach nur peinlich, dass sich diese großen Musiker irgendwie zu dem hinreißen lassen, oder? Das verstehe ich dann gar nicht, oder? Und deshalb war das zum Beispiel ein Kriterium von mir, Working Bands. Und dazu gehören unsere alten Kollegen Radian aus Wien, zum Beispiel. Oder eben Hyperfuss, oder Visual Basic, oder dieses neue Trio. Das ist relativ ein junges Trio mit Jan Pace und Diamanda Trammer und Jürg Frey. Aber die arbeiten auch intensiv an einem solchen Programm. Wo bist du den Risiken eingegangen bei diesem Programm? Kann ich dir am Sonntag sagen? Ich vermute, ich habe so zwei, drei Dinge, die möchte ich gar nicht sagen. Gut. Ich habe so zwei, drei Verdachtsmomente, wo ich weiß, da birgt, hat es vielleicht ein künstlerisches Risiko, aber vielleicht auch ein technisches Risiko. Aber das wollen wir gar nicht heraufbeschwören. Sondern das können wir dann beim Learning und bei der Analyse des Programms festlegen, was hat funktioniert und was nicht. Das hängt von vielen Dingen ab. Aber funktionieren meinst du nur auf der Bühne? Oder auch, wie die Leute das aufhören? Ja, natürlich. Das hat alles zusammen. Das ist ja das Schöne an einem Live-Konzert. Und gerade an einem Live-Konzert von dieser Art Musik, die wir spielen, da spielt der Sound eine wichtige Rolle. Das Licht, das Publikum, die Interaktion mit dem Publikum. Auch, wie ist der Abend gebaut? Sind die Leute gut drauf? Hatten sie eine mühsearme Anreise? Ist irgendwas verloren, kaputt gegangen? Das kann alles passieren. Ich bin da vielleicht zu wenig erfahren, aber wenn man jetzt das auf der Bühne steht und so, sagen wir mal, völlig schräge Musik spielt, dann können die Leute ja nicht dazu tanzen. Wie sieht man denn, ob sie das geniessen? Das spürt man extrem. Also, es sei denn, man spielt... Es gibt gewisse Spielformen auf der Bühne, die sind sehr introvertiert. Oder die sind auch eine Art geimpft gegenüber dem Äußeren. Es gibt so, gerade auch im Rock-Bereich, im Neuss-Bereich, gibt es gewisse Formationen, die, ich glaube, die können überall etwa gleich funktionieren. Spielt nicht so eine große Rolle. Ich bin aber auch dort skeptisch. Ich behaupte, alle Live-Momente sind entscheidend geprägt vom Auftritt, von der Situation, jetzt passiert es mit diesen Leuten hier. Und als Musiker merke ich das sehr genau, also sehr oft im Dynamischen. Also, wenn du merkst, du kannst eine Nadel fallen lassen und es ist eine magische Ruhe im Raum und es knistert, ist es wirklich sehr beflügelnd, wenn du weißt, wow, die sind so präsent, die sind so bei uns. Wir haben das ganze dynamische Spektrum zur Verfügung, von nichts bis too much. Das merkt man sehr genau. Wenn du fast so ein Vakuum hast, wo du hineinspielen kannst. Genau. Also, das ist überhaupt nicht der Applaus-Response. Ich meine, das ist eher... Das ist auch wichtig, der Applaus und was zurückkommt. Aber gar nicht nur das, es ist die Präsenz, die im Raum herrscht. Du spielst jetzt da in einem Trio mit einer Musikerin und einem Musiker, mit denen du noch nie zusammengespielt hast zuvor. Kannst du dich da noch auf irgendwas rundum konzentrieren? Oder ist das nicht eine enorme Konzentrationsangelegenheit, wo du irgendwie völlig auf diese Leute fixiert sein musst? Oder kannst du es auch genießen, so in diesem Raum zu sein? Unbedingt. Also, das ist ganz entscheidend. Sonst ist es eine Verkrampfung. Also, der Spass, an diesem Moment zu zelebrieren, ist wichtig für den Flow und für die Spiellust und für die Kommunikationsfähigkeit. Also, wenn du da zu stark nur auf diese Person fokussiert bist, dann kann das hemmend wirken. Da hast du einen totalen Fokus auf die zwei, aber du hast Soundcheck gemacht, du hast vielleicht mit ihnen Kaffee getrunken, auch wenn du sie musikalisch nicht in- und auswendig kennst. Aber, das ist, ich vergleiche das gerne, wie wenn du irgendwie durch ein dir unbekanntes Gebiet wanderst. Wo du nicht jeden, das ist nicht ein Sonntagsspaziergang, der immer gleich ist. Aber auch beim Sonntagsspaziergang entdeckst du immer wieder neue Dinge. Aber wenn du zum ersten Mal in den Ferien bist an einem Ort und du gehst und du bist vielleicht ein bisschen vorsichtiger in deinen Schritten, aber du hast auch so eine unglaubliche kindliche Neugierde und eine Freude, irgendwas zu entdecken und dahin zu rennen. Also, ich habe eher so dieses Spielgefühl dann. Es sind ja so Fußballmannschaften, wenn so ein anderes Team kommt, dann studieren sie zuerst zu dieser Mannschaft und bereiten sich darauf vor. Also, machst du das auch mit Musikern oder Musikerinnen, mit denen du so frisch zusammenspielst? Oder kennst du sie sowieso schon so gut, dass du genau weißt, wie die sich verhalten werden? Also, ich habe schon Sachen angehört von ihnen, von den Zweien. Sonst hätte ich ja auch nicht diese Kombination mir ausgedacht. Ich habe da schon gedacht, das könnte vielleicht funktionieren. hoffentlich mit einem großen Risikopotenzial drin, aber das genau reizt mich auch. Aber jetzt noch ein guter Vergleich mit dem Studieren, weil es bei einem Spiel, eben, es ist ja ein Spiel, aber es geht nicht ums Gewinnen. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht ums gemeinsame Erfinden von einer Musik in Echtzeit. Oder man gewinnt und verliert zusammen. Genau, oder du fällst zeitweise auf die Schnauze, aber entdeckst dadurch andere Dinge, die großartig sind. Das ist ein wichtiger Motor für mich als Musiker, dieses Ungewisse. Also hat das auch etwas mit einem Kick zu tun? Das klingt ein bisschen... Kick mag ich nicht so, das klingt so... Klingt zu sportlich. Ja, und auch ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, es klingt so ein bisschen wie, wenn ich eine... Ja, ich muss eine Pille einwerfen. Oder? Ich muss nicht eine Pille einwerfen, um irgendwie Musik zu machen, sondern es sind andere Dinge, die mich antreiben. Klar, es ist die Lust, sich immer wieder auf neue Dinge einzulassen, die Lust, immer wieder neue Konstellationen zu erleben und dann aber auch die ganz kritisch zu betrachten. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil ich kann dann auch sagen, vielleicht, dass ein Konzert mit einer Working Band eben auf einer Skala von 0 bis 10 am Tag los dann halt nur auf Nummer 5, 6 gelandet ist und dass eine Erstbegegnung vielleicht viel weiter oben gelandet ist. Ja, aber vielleicht ist es auch umgekehrt. Es gibt so viele Spielweisen und Arbeitsweisen und ich möchte mich auch gar nicht nur auf eine festlegen, sondern in diesem Alltag, den es ja kaum gibt für Musiker, aber in diesem Alltag ist eben diese Mischung von diesen verschiedenen Arbeitsweisen eigentlich sehr stimulierend. Und das ist ja auch typisch für deine Band Stimbo Switzerland, mit der du hier auftreten wirst, also das Zusammenspiel zwischen Komposition, die auch als Fremdkompositionen und Improvisation. Und wie, ihr verbindet das auf eine ganz spezielle Art und Weise. Wie macht ihr das? Ja, wir haben dieses Konzept lustigerweise vom ersten Konzert an angewendet und nie geändert. Wir arbeiten sehr genau an festgelegten Kompositionen, konsequent immer Kompositionen, die nicht von uns sind, von uns dreien auch. Ich habe so viele Stücke geschrieben, aber nie fürs Team-Wort-Witzel. Wir üben diese sehr, sehr genau. Und dann haben wir eine Selection du Jour auf dem Notenständer und sagen, diese zehn Stücke oder diese drei großen Stücke und diese fünf kürzeren Stücke und diese zwei Fragmente haben wir auf dem Pult. Und alle haben Handzeichen oder akustische Cues. Und dann legen wir los mit einer Improvisation und dann hat jeder von uns die Möglichkeit, Stücke anzuziehen. Mit einem Riff. Es braucht manchmal nur einen Ton und schon wissen wir, welches Stück er meint. Oder ein Handzeichen und dann wissen wir, welches Stück wir meinen. Und dann, durch das, können wir wirklich changieren zwischen ganz freien Passagen und streng komponierten Passagen. Und jedes Konzert hat eine andere Form. Und das finde ich irgendwie total ein gutes System, dass wir zwar wissen, wir haben den Rucksack gepackt mit ganz viel Material, aber das, was wir brauchen, das ist dann taktlos. 2018, unser Set war so. Was ihr dann aus dem Rucksack zaubert, das ist offen. Genau, das ist offen. Aber was eben toll ist, weil wir üben ja dann, eigentlich, wenn wir proben, wir haben jetzt eine intensive Probephase hinter uns, wir proben dann sehr genau die Kompositionen, aber wir improvisieren eigentlich kaum. Also die Übergänge und all das Zeugs, das überlassen wir für den Moment, wo wir das Stück spielen. Aber es ist irgendwie so aufregend, dass man denkt, sollen wir schon, braucht es ein Stück? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, so quasi flüstern, dass ich finde immer eigentlich die Konzerte von Steamboat Switzerland fast am besten, wo wir ganz wenig Stücke gespielt haben. Weil das, also, weil das ist dann, dann sind wir so am Improisieren und die Stücke sind so gut oder das hat so einen Flow oder so einen Drive, dass wir gar nicht zu viele Stücke spielen müssen. Und manchmal haben wir aber auch eine unglaubliche Lust, irgendwie das Zeugs einfach so abzuladen. Und mal sehen, wie das dann wird. Es wird eher ein kürzeres Konzert sein, aber mal sehen. Jetzt, ihr seid schon eine ganze Weile unterwegs und wir haben auch andere ältere Bands erwähnt. Aber du hast auch gesagt, dir ist es sehr wichtig, jüngeren Musikerinnen und Musikern eine Chance zu geben, gerade weil du auch solche Chancen erhalten hast. Was bedeutet das? Oder was braucht man, wenn man so einen musikalischen Weg irgendwie anfangen will? Was ist so eine Chance? Oder wie kann die wirken? Schon, es braucht das Vertrauen von Veranstaltern, dass sie sagen, oder auch von Labels, von Verlegern, die sagen, es ist noch nicht ganz ausgereift oder es ist noch nicht ganz da, aber man ahnt das Potenzial. Und das sehe ich ja zum Beispiel bei meinen Studierenden an der ZADK, da kann ich relativ genau früh sagen, wo unglaubliches Potenzial schon da ist. Auch wenn es noch unbeholfene Momente gibt, aber wo ich denke, wo ich staune, sage, wow, das ist so viel Power und Kreation, Lust und Kompetenz schon da. Und also das Vertrauen, einfach zu sagen, hey, da, ihr habt eine Garte Blanche und so viele junge Musikerinnen und Musiker habe ich gar nicht im Programm. Also ich hätte vielleicht da und dort selbstkritisch vielleicht noch mehr auf diese Karte bauen können, aber für mich zum Beispiel schon, die Amanda Drum ist wirklich sehr jung. Das ist eine wahnsinnige Musikerin. Also wenn die so weitermacht, das wird eine ganz große Künstlerin und sie hat noch so eine Wildheit und sie hat auch sehr, sehr gutes Selbstvertrauen. Aber ich finde, go for it, oder? Also das finde ich ganz toll. Und Ensemble of Nomads auch. Das sind die anderen, wo ich denke, die sind sehr noch am Anfang von einem Weg. Aber es ist so erfrischend, mit ihnen zu, sowohl mit Diamanda, wie auch mit den Musikerinnen und Musikern von Ensemble of Nomads zusammen zu sein und mit ihnen zu reden, weil sie sind nicht pragmatisch. Sie sind nicht, was mich stört in der heutigen jungen Szene, ist, dass sie sehr oft einfach zu früh irgendwie ihre Träume begraben. Als ich 20 war, war ich wirklich manchmal ein bisschen größenwahnsinnig. Aber das war irgendwie auch wichtig, um gewisse Hürden zu überschreiten. Um auch gewisse, wie soll ich sagen, auch Dinge, die eigentlich weit weg waren, dann irgendwie versuchen, in die Nähe zu kommen. Da braucht es ja, es gibt dieses schöne Bild von Tarkowski, Tarkowski, der sagt, du hast eine Schraube und eine Mutter und du schmeißt die Schraube weg und du musst sie suchen, damit sie wieder zur Mutter passt. Oder du schmeißt einen Hut auf die andere Seite vom Fluss und du musst überlegen, wie komme ich da rüber. Und manchmal sind solche Aktionen irgendwie wichtig. Und das war so erfrischend bei diesen jungen Musikerinnen und Musikern, dass du denkst, Alright, das nimmt mich jetzt mal Wunder wieder da. Aber das ist schön zu sehen, irgendwie diese Lust, dieses volle Risiko, auch eben nicht sofort einen Pragmatismus warten zu lassen. Kann man sich da als gereifter Musiker auch manchmal wieder etwas abschauen, wenn man vielleicht ein bisschen zu pragmatisch geworden ist? Definitiv. Definitiv, weil es ist, ohne dieses Risiko einzugehen, ohne die auch eben, das habe ich ja versucht, auch als ich diese wunderbare Einladung erhalten habe, das taglos zu kuratieren, habe ich eben auch versucht, meine eigenen Präferenzen oder so das Eingespielte wirklich auch nochmals zu hinterfragen. Du hast auch mal noch gesagt, dass dir Dringlichkeit etwas sehr Wichtiges ist. Ist das etwas, was vor allem außerhalb der Musik ist? Vielleicht etwas Politisches oder so? Oder kann man das auch ganz musikalisch verstehen als irgendwie so, die wollen irgendwas Neues kreieren oder die wollen irgendwie einen bestimmten Sound erreichen oder sowas? Ich habe nicht gern Leute, die mir sagen, was ich denken muss. Oder ich habe auch, ich mag nicht einen Pfarrer, der mir sagt, an was ich glauben muss. Das ist, und ich habe lieber, ich bin lieber konfrontiert mit einer vielleicht auch abstrakten Message, mit einem abstrakten Sound, Gemälde, Text, der mir ganz viel Freiheiten lässt, mir etwas dazu zu denken. Und berührt bin ich dann, wenn ich merke, da macht jemand etwas eben mit dieser Dringlichkeit. aber er befiehlt mir nicht, was ich damit empfinden muss. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ja, so ein bisschen vielleicht. Oder kannst du vielleicht ein Beispiel machen, wo du so etwas erlebt hast? Ja, das kann man in der Religion sehen. Oder man kann es... In der Musik. Ja, also wenn... Also ich mag es, wenn es irgendwie Geheimnisse hat, aber die Kunst irgendwie so ein Feuer hat und so eine Kraft und eine Projektion, wo aber ich glaube, du etwas anderes erleben kannst wie ich. Das meine ich mit Dringlichkeit. Es berührt dich und es berührt mich. Aber es befiehlt uns nicht, was wir empfinden müssen. Das heisst, das ist auch Musik, die einen mit etwas konfrontiert, wo man vielleicht nicht genau weiss, wieso das... Auch Ablehnung. Auch Ablehnung. Ich meine gar nicht... Auch Ablehnung. Und ich weiss, dass vielleicht ein Drittel vom Publikum vielleicht bei Steamboat Zwitzel den Raum fluchtartig verlassen wird, weil es zu intensiv ist. Dann ist es so. Findest du das manchmal auch lustig, wenn Leute den Saal verlassen? Lustig nicht, aber ich glaube, ich gehe ja manchmal auch. Das gehört dazu, aber das lässt einen eben nicht kalt. Ich möchte niemanden im Publikum sehen, der gähnt. Ich möchte, dass die eine Hälfte auf der Stuhlkante sitzt und die anderen sagen, das ist scheiße, ich gehe raus. Aber gibt es nicht so diese Bestätigung, dass wir immer noch etwas provoziert und radikal machen, dass die Leute immer noch rauslaufen? Oder sowas? Nein. Deswegen machen wir es sowieso nicht. Das ist... Das... Nein. Nein. Wir versuchen ja wirklich, auch mit dieser Musik das Publikum zu fesseln, zu berühren und auch mit ihnen zu kommunizieren. Wir bauen da nicht eine Wand auf. Auch wenn es sehr intensiv ist, aber ich weiß es ja von mir selber, manchmal ist man nicht in der Stimmung. Aber manchmal bin ich auch nicht in der Stimmung, irgendwie diese doofe Musik zu hören, die dann irgendwie vor den Nachrichten kommt. auch auf unserem Kultursender. Dann denke ich, was ist denn das wieder für eine Sache, oder? Auf SRF 1? Zwei. Zwei. Weißt du, oder drei. Egal, manchmal höre ich fast lieber... Nein, das ist ja... Ja, weiter. Eben, man ist nicht immer jederzeit zur gleichen... Man hat nicht immer die gleiche Stimmung etwas anzunehmen, oder? Aber das war zum Beispiel für mich ein wichtiger Grund, auch beim Programmieren. Ich glaube, das Publikum muss sich einlassen. Aber wenn es das Publikum sich einlässt, behaupte ich mal, dass sie schöne, auch ungewohnte Hörerlebnisse haben werden. Bin ich sicher. Weil das ist keine... Das ist nicht Stangenware oder das ist nicht... Auch nicht so vorhersehbar und es sind auch viele Dinge, die völlig unbekannt sind. Aber das ist ja auch schön. Wenn es unbekannt ist, muss man sich darauf einlassen. Und du möchtest ja auch den... Also du hast in Oster eine Konzertreihe kuratiert, die heißt Platz für andere Musik oder hier am Taktlos heisst es, es ist ein Festival für grenzüberschreitende Musik oder es geht immer um so Erweiterung und so weiter und so. Das heisst, wenn immer die gleichen Leute aus der Szene kommen, dann geht das irgendwie nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, was passiert im idealen Fall? Was kann jemand erleben, wenn er eine andere Seite sieht? Oder was... Was möchtest du im Idealfall zeigen mit Musik, die du kuratierst oder selber machst? Das ist dann vielleicht wieder das Politische daran. Es ist eine Offenheit. Es ist eine wirkliche Offenheit dem Fremden gegenüber. Wo ich nicht sofort sage, das kenne ich nicht. Sondern auch nicht sofort Urteile. Sondern vielleicht sage, okay, ich verstehe es nicht, aber es hat eine Faszination. Und deshalb, da kommt die Dringlichkeit wieder ins Spiel. Es hat eine Faszination, ich verstehe es nicht, es ist für mich neu, aber es berührt mich. Okay, ich muss das überprüfen. Und so habe ich ganz viele neue Leute und Szenen selber ja auch kennengelernt, die dann für mein eigenes Spiel auch wirklich inspirierend sind. Und als Kulturkonsument bin ich auch nicht immer gleich bereit, mich auf diese Dinge einzulassen. aber ich merke es, wenn ich an diesen Festivals spiele, höre ich ja viel andere Musik, die ich nicht kenne. Und ich bin immer so berührt, wenn ich irgendwie etwas höre, wo ich denke, ah, das ist jetzt irgendwie anders. was steckt da drin? Und ich dann wirklich mich darauf einlassen kann und so hin und her changiere zwischen, soll ich schon urteilen, ist das jetzt vielleicht ein Vorurteil? Oder urteilst du jetzt nicht ein bisschen sehr snobby irgendwie? Oder redest du jetzt irgendeinem Kollegen nach, der über diese Band irgendetwas so und so gesagt hat? Ich finde das eine wichtige Auseinandersetzung. Dann hoffen wir auf diese Auseinandersetzung. Ich glaube, wir sind uns jetzt die Zeit abgelaufen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, David. Und für das Kuratieren dieses Festivals. Oh nein, danke. Wir freuen uns. Danke. Danke.